Gemeinsam fieden Brios Sag, Wanderer, kommst du nach Sparta? He's fig-faced in the jungle, dude Hol nicht eure Gottheit Der Mann aus dem Osten Schau mit dem Just feed it Just feed it Feed it Feed it Oh, doch Yorick La-la-la-la-la Machen sie sich einfach über meine dreibeinige Behinderung, lustig? Dos Grandos Shields Diana Grande, der muchacho TIEP 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 Riven kriegt auch ein Fischhule Update Wer? Ja Timo auch? Sachen wie Mordecai müssen nicht bearbeitet werden Das ist alles zeitgemäß Hast du doch gerade gesehen, dass man da nicht braucht Bis man verloren hat Du brauchst einfach keine Gap Closer Auf ein spaßiges Game Du Ist das Wunder von Deutschland Du Lebst auf Steuerzahlen Vergesst nicht zu abonnieren Was ist euer Handwerk? Oh 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 Dann wollen wir mal Ragen Oh 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 Ich kann aber auch alles Ich hab's im Im Hirn Im Schwanz Einfach überall Was Oh 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 Pfff! What are the names? Sing live! They ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine and you just can't get into it because they would never understand ... ... Pissspiel! Fuck mich das schon wieder ab, man! ... I'm gonna be here to draw! Kannst doch den Renekton main nicht einfach so anficken! Ohne die konsequen... Ohne die Konsequenzen zu tragen! Anficken? Schön! Ha! Ja. Er ist gerade wieder bei guter Laune. Wir dürfen jetzt nicht stilten. Alter, ich bin so... Schwammig. Oh, die... Schwammig. Ein Auto-Hit. Hast du schon mal... Hast du schon mal so einen schwammigen Auto... Äh, das hab ich irgendwie gesehen. Ich hab das vorher gespielt. What an amazing feat. What an amazing grime. With a... What an amazing climb. Ja, sinker nicht. Hahaha. Dafür hab ich jetzt getrunken. Beruhigt hab ich mich jetzt... Nicht? Ach, das ist doch schon wieder alles nicht wahr hier. Ja. Weg ficken? Kann ich. Schlafe nicht. Ich ficke. Hart. Das war ich aber auch jetzt... Faden fertig. Spaß! Okay, die haben gestoppt. Okay, die haben gestoppt. Ja, dann... Ja, dann... Oh gosh. Jaaaa... Hier ist einer drin. Wie erwähnt. Jaaaa... Hiiiiiiiiiii... Hahaha... Hahaha... Hahahaha... Hahahaha... Aaahh... Spaß! Nein. Machst du den noch, oder rennst du jetzt weg? Ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Nee, nee, ich mach den nicht mehr. Weil die sind alle ab. Ab kurz. Ich weiß, ich weiß, äh... Scheiße, sorry. Du... Mann! Ich helfe. TFK! Da können die nix! Arr! Danke. Oh, der hat noch Flash. Nein! Hast du mich in Frieden? No! Oh! Konsistent, Muskeltrick... Oh Gott! So ist denn deine Konsistenz? Pudding! Ähnlich! Okay. Ich komm, ich komm, ich bin jetzt in der Backline gleich. Weiter! TFK Gott gleich, ey. Die Ölmaschine. Ja, klau doch den Kill! Scheiß der Ritz-Dealer! Ja! Ich glaub, mir werden alle killen. In acht hab ich ult, da können wir eigentlich hören. Ich bin nur ult, Harry. Danke, es gibt mir immer bis zu Mühe, die möglichst... effektiv zu setzen, auch. Ja, da hilft mir auch wieder keine Sau. Komm, lass uns den TFK-Blade sterben lassen. Damit er wieder mehr Lust auf das Spiel kriegt. Grad anderes bin ich von meinem Scheiß-Team auch nicht gewohnt. Aber dein CS ist ja auch schon ganz... äh... am Explodieren. Aber dein CS ist ja auch schon ganz... äh... am Explodieren. Ja! Was macht ihr da? Oh, das war ein schöner Crit! Ah, Jhin ist schnell! Nein! Oh, jetzt war ich. Nein! Was passiert? Was passiert? Magi hat das auch. Ist es möglich, dass man hier sowas wie Hilfe bekommt? Die brauch ich nicht! Wollen sie eventuell? Hätten sie die Freundlichkeit? Ja! Roxa, hättest du vielleicht die Freundlichkeit, mich zu ganken? Nein! Dachte ich mir! Ja! Ja! Wir sind doch alle weniger weit weg! Mit dieser Scheiß-Knock-Up, ey! Ich hätte die... Drei, vier, die mindestens holen können! Schaffst du dieses Spiel? Endlich sind wir beide auf einem Nenner! Ich schab dir den Uterus weg, ey! Ich schab dir den Uterus weg, ey! REIN! 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 Ja! Ja, rein da! Ich hab keine Ult! Aber trotzdem rein! Jaaaaaaaaaah! Jaaaaaaaaaah! Jaaaaaah! Jaaaaaaah! Überrenn! Überrenn! Was ist ein Bieß denn?! Haaaaaah! Haaaaaah! Ich rülte jetzt! Ich rülte jetzt! Und dann gehen wir direkt wieder volle Kanne rein! Oh! Endlich zeig mir mal Eier im Try-Fuck! Los! Ficken! Ähm, ich hab mich ähm... picken lassen Und ich fick! GIN! Komm heran! Oh Gott! Nein! Okay mach das schon! Warum ist da keiner mit mir angekommen heran? Jetzt wieder ziehst du die Rot aus? Neee! Du bist Arsch! Leider gekillt, ey! Nächstes Mal spiele ich besser mit zwei Händen, ey! Trifuck, der wird zerficken, das Fuck! Ja der Trifuck, hier wird die Elo gemacht! Ja der Trifuck, die Schmiede der Season! Trifuck, wir werden Manieren gemieden! Ja!